Grenze ist hier in NIW schon lange kein Thema mehr. Grenzenlos bedeutet für mich, dass Hochschule und Betrieb nur 25 Minuten voneinander im Fernsehen. 9000 Kilometer weg vom Zuhause. Meine Berufsüberlernen und Freunde zu finden. Weltmarktführer und in NIW zuhause zu sein. Dass wir in NIW bereits in der Grundschule 300 Kinder haben, die Tschechisch lernen und 11 Schulpartnerschaften nach Tschechien pflegen. Dass unsere Mitarbeiter sich verwirklichen und über ihre Grenzen gehen und damit in der ganzen Welt Botschafter für unsere Firmenkultur und für NIW sind. Unternehmerisch überregional tätig zu sein und gleichzeitig zu wissen, dass wir hier in der Region verankert sind. Unlimited ist für mich... ...einen Beruf auszuüben, der mir Spaß macht. Dass Musik Menschen schon immer vereint und wir uns heute noch besser vernetzen können. Meine Ziele zu erreichen und meine Träume zu leben. In einem mittelalterlichen Klosterdorf meinen Weg gehen zu können und das in einer besonderen Gemeinschaft. Pro Saison vor 30.000 Zuschauern aufzutreten an sieben spektakulären Spielorten. Mein Job gut zu machen und Leute zu bedienen. Kultur zu schaffen. Kultur zu genießen. Hier in NIW. Grenzenlos bedeutet für mich... ...Kinder und Karriere perfekt unter einen Hut zu kriegen und so weiterzukommen. Dass wir mit den Kollegen aus Tschechien hervorragend zusammenarbeiten und so alle davon profitieren. Unseren Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Ohne uns für ein Leben zu verschulden. 30 Minuten zur Arbeit zu fahren und dabei in ein anderes Land. Dass von oben die Grenze nicht mehr sichtbar ist. Zweimal täglich das Land zu wechseln, ohne NIW zu verlassen und auf beiden Seiten Freunde zu haben. Genau die Landwirtschaft zu machen, die ich will und meine Kunden dabei mitzunehmen. bis auss ST Team 95.000 Dis하는데. tho mantegef aprender... 500 bis 500 bis 700 bis 500 bis 900 bis 600 bis inspiez Bernie, � ins 프로 Mie Kroam, Untertitelung des ZDF, 2020